Sie wollen in Ihrer Region bei EigentümerInnen präsent sein, mehr Unternehmensbekanntheit erlangen und Ihr Image stärken? Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Marke effektiv auf ImmoScout24 positionieren, um genau das zu erreichen. Wie das geht? Mit dem Imageboost. Seien Sie außerdem gespannt auf unseren Profi-Tipp. Der Imageboost platziert Ihr repräsentatives Maklerprofil an aufmerksamkeitsstarken Positionen auf unserer Website. Nämlich dort, wo besonders viele EigentümerInnen und Immobiliensuchende unterwegs sind. Zum Beispiel in der Ergebnisliste und im Immobilienatlas. Ihr Profil wird dabei genau in der Region eingeblendet, in der Sie aktive Objekte auf ImmoScout24 inseriert haben. Sie präsentieren sich also genau Ihrer Zielgruppe als lokaler Immobilienprofi. Für einen hohen Wiedererkennungswert Ihres Profils gestalten Sie den Imageboost ganz einfach in Ihren Unternehmensfarben mit einem persönlichen Foto und Ihrem Firmenlogo. Und das Beste, Sie steuern Ihre Sichtbarkeit selbst. Denn wussten Sie schon, für mehr Sichtbarkeit in der Ergebnisliste und im Immobilienatlas gilt, je mehr Objekte Sie veröffentlichen, desto öfter wird auch Ihr Maklerprofil angezeigt. Nutzen Sie außerdem Premium- und Schaufensterplatzierung. Steigern Sie dadurch zusätzlich Ihren Anteil an Ausspielungen und erhöhen Ihre Erfolgsaussichten auf qualitativ hochwertige Kontaktanfragen. Und jetzt noch zum versprochenen Profitipp. In unserer Akquiseedition ist bereits ein Kontingent an Spitzenplatzierungen enthalten, die Ihnen automatisch, auch beim Imageboost, den zusätzlichen Turbo verleihen. Alle verfügbaren Platzierungen einzusetzen, lohnt sich daher doppelt. Legen Sie also los und sichern sich direkt Ihre Imagevorteile. Wir beraten Sie gern, wie Sie sich jetzt mit dem Imageboost effizient auf ImmoScout24 platzieren.